Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was für ein Tisch ist das jetzt? Im Prozess will ich immer alles wissen. Es gibt so ein Missverständnis, dass der Kreative seinen Freiraum haben muss. Den Freiraum schafft man sich, wenn man so viel Informationen wie möglich hat. Auch all die schlechten Informationen, all das, was nicht geht. In meiner Meinung nach ist es ein anderes Bistro im Markt. Was ist neu in der Zeitung des Bistros? Ich mag Partner oder Auftraggeber, die ihre eigene starke Haltung haben und nicht zu all wie Jahr sagen, sondern einen auch wirklich herausfordern. 20 Jahre, 25 Jahre, als ich zu Milan kam, hatte ich eine ganze Woche von mir und zu sehen, und ich würde das noch gerne machen. Und heute bin ich noch hier für eine ganze Woche. und wahrscheinlich mein Freiraum ist zu 2.30 Uhr. Ich bin passioniert über Furniture, aber ich muss neue Furniture finden, in order zu... 1.45 Uhr. 4.45 Uhr. 5.15 Uhr. hier steht. 5.45 Uhr. 4.2 Uhr. 8.15 Uhr. Jul.